Das Hotel und Reha-Zentrum Bad Schwarzbach-Xanier-Wad-Zedruy liegt in Zwieredau-Zedruy-Bad Flinsberg in Niederschlesien. Das Hotel und Reha-Zentrum Bad Schwarzbach-Xanier-Wad-Zedruy ist beliebt unter den Gästen 80%. Empfehlen das Hotel weiter. 16 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,3 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 16 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,5 Sonnen bewertet. Zimmer. Insgesamt zeigen sich die Gäste zufrieden mit den Zimmern des Hotels. 4,4 von 6 Sonnen werden hier vergeben. Service. Im Punkt Service wird das Hotel von den meisten Gästen positiv bewertet. Im Durchschnitt werden 4,3 von 6 Sonnen vergeben. Gastronomie. Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4,2 von 6 Sonnen als gut bewertet. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4 von 6 Sonnen wert. Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 3,8 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.